grüß euch freunde willkommen zurück bei grounded und dieses mal hier im sandkasten hier hinten befindet sich nämlich eine kleine burg von da hinten habe ich mir materialien geholt und so bin ich hier rüber ich bin jetzt einfach stück weiter hier vorne haben mir einfach hier so ein grausbohnen geholt ja ja so erstmal von dem vier abhauen so dann können wir nämlich hier oben hin hier befindet sich nämlich auch noch ein bisschen krims kam es auf jedem turm hier gab es einmal punkte darum war man noch nicht da muss ich nämlich erstmal hin da nehmen wir nämlich ganz einfach beim herstellen einfach diese dreieck stützen hier die kosten nämlich nur einen die müssen wir natürlich ein bisschen versetzen hier oben gibt es natürlich noch ein bisschen mehr als ich gedacht habe ein bisschen spröder marmor und bis das spröder quart zieht nehmen wir natürlich alles gerne mit alles was wir nicht mehr brauchen können wir nämlich natürlich wieder mitnehmen okay schade habe ich nicht geschafft oh man ich wollte gegen den eigentlich nicht kämpfen aber naja hier kommt Einmal allein Ähm Au Oh, danke, dass du jetzt Dass du mich hier so doll abgelegt hast, Kackfee Oh, hier hab ich auch schon mal Drei hingestellt Natürlich wenn meine Ausdauer Oh, so sind wir dann hier oben Und in dem ersten Ring Und was finden wir hier Wir finden hier nur eine Scharfensüchtigkeit Und so können wir hier Alle, hopp 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 Ha, die Süßigkeit nehmen wir noch mit Au, 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 nicht Na Hopp 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 Geht das bisschen so hoch Und wir brauchen noch mal neue Stäbchens Da gehen wir auch gleich dann weiter Und dann sind wir ganz oben Und jetzt haben wir wieder neue Stöckchen Geholt Ja, ich muss auch noch was essen Was trinken Hier müssen wir ja Gott sei Dank nur einmal hoch Ja, das Schild nehmen wir mal raus So Haben wir mehr Sicht Die Spitze hier oben haben wir einen oh den brauchen wir alle nicht mehr eine bürgelschlage und ein Milchmuller bingo so kommen wir hier einfach einfach und schnell alle Leute somit bis zum nächsten Mal macht es gut ich muss mir noch meine heiße Süßigkeit hier mitnehmen ne scharfe tut mir leid nicht heiße scharfe besucht mich auch auf Instagram und Twitch die Links findet ihr in der Beschreibung